Mardor Und das Wasser im Panama Canal Das war und das war, dass er sich von der Wachevolpe in das Jahr zuletzt. Kumpel sind es sehr gut. Das war der Wachevolpe. Ah! Das war die Fische. Das war der Wachevolpe. Zwei Drei Drei Zwei Drei Zwei Zwei Ja. 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 Irgendwie eine tolle Landschaft hier so alles. Ich bin auch sehr gut bezahlt worden. Das war das Mindeste für die vielen. Zu Hause darf man gar nicht erzählen, was habt ihr am Panama-Kanal gegessen bei 30 Sekunden? Ich bin auch sehr gut bezahlt worden. 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 Die als Teil des Panamerican Highway über den Panama-Kanal führt und somit Mittelamerika-Nord und Mittelamerika-Süd miteinander verbindet. Meine Damen und Herren, noch eine kleine Ergänzung. Die Panamesen nennen diese Brücke vor uns nicht mehr nach ihrem Ingenieur, der sie gebaut hat, sondern sie nennen sie sehr viel historisch die Brücke der beiden Amerikas. Das ist eine kleine Ergänzung. 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 Das ist eine kleine Ergänzung.